alle die Konsistenz von Aline Zipaar die Wettbewerb mehr Zeit hat der Fährung mit Alibir doch da oben bleiben wir haben leider Probleme da hat sich in der Verhörungsstelle wird auch wieder dabei und er wird uns erst mal dabei sein verdammt da habe ich mir ein schönes Wort ich werde von Herzen 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 Dornem ist der Feenquelle genau die Felsen lang da musste auch ein Sprechen und der Besteller haben für die Zeit in der Karte ist hier muss noch ein Sprenger wie ja wo er wo man noch ein Sprenger ja da muss man der war es mal um den Felsen lang beim Recht sind Felsen Karte da oben das war der Ort das war eine andere Seite an der Seite da lang nicht so so jetzt wurde jetzt lang jetzt einfach rechts lang rechts so ist man okay da leckbar hier aber ich bin die Stadt gewusst hatte jetzt einfach die ignorierende spazten und hier untertan nur pass auf gleich mit den fiesen krachen sind zwei herzen nachdem du konzern noch hoch Ey! Mein Gott! Ah! Die krabbeln, die trifft mich zu dauernd. Oh, den ist Zora. Nö, die zählen mal eine halbe Selfs ab. Gleich musst du noch mal da hoch, da kriegst du dauernd Robino von denen. Da brauchst du auch keinen Fall am Bogen, die so viel zu tun. Du kannst am Rand lang gehen, da ist ein kleiner Bug. Oh mein Gott, scheiße. Shit. Fuck. Geh sterben. Hier wegsprengen, oder? Ja, ne? Äh, wo was zum Wegsprengen geht? Ja. Schnell! in der Tat ist dann eben noch mal ein paar Herzlosen Papier soll er dir am besten zu fährt werden wenn ein Perfekt hier ist zählt das nicht anstellt in der Schmittlung ich meine Probe und an und man konnte doch ganz so was das was er ist jetzt damit kann sich den 1.0 aber ich dachte dass man auch zu schieben dann da kommt man nicht verstehe Waren okay aufpassen auf so die Europäer das war knapp Leute am besten was er hat jetzt an so und so ist es nicht speichern und dann weil es ja auch hier wie viel zurückkehren und danach machst du ja an den Stoß starten er speichern ja wir werden er hat das haben wir bei der Sitzung mein Gott viel ja ich jetzt was vorzunehmen 3 dann kannst du schneller also klar mit sie macht sagt man kommen vor dem Vogelbekommen sonst das immer gemacht bei linkshausen hier wollen kann man aber schön herz kapieren Jo, das war ja. Und danach gehen wir zum ersten Tempel. Jetzt gehen wir zum ersten Schloss. Äh, wohl dann ging es nochmal ja nicht gerecht. Willst du mich ein Verarschung? Hä? Wird's brauchen's Maul, oder wie? Herz. Ja, mein Herz. Ein Herz haben wir jetzt wieder Leute. Oh, ja, wieder voller Herz. Ich gucke immer auf die Karte. Ich weiß nicht warum. Okay, jetzt hier lang. Hier hoch. Baba, baba, baba. Und jetzt zu dem Stipi. Oh mein Gott, ich bin ja so im Block. Kling, wie guckst du? Aber soft. Jetzt kommt hier hoch. War das so, war das so wichtig? Nein, das war Epic Fail. Hä, das war richtig, das war richtig. Arrrr. Bist du ja tot, war was? Ich hab nur einen Herz. Nee, ich triff's mir so down, ne? Ein halbes Herz. Geh mir hier rein. Hey, du Stüppi. Ja, ja, ich bin bär. Ich war überraschend, nicht jeden Held, ja. Suchst du es danach, wenn du den ersten Schloss geschafft hast, musst du da noch meinen Aktus in die Rennmut. Erstmal hier freisprengen. Okay. Oh, bam. Oh, drei Drohnen. Barababa. Rompen, 50 Robine und 5 Robine. Yeah. Wir sind nur 300, können wir uns auf die Flossen holen. 500. Ja, 300, dann haben wir 500 Robine. Äh, du hast ja nicht gehofft, ne? Brauchst noch 229. Dann haben wir 500 Robine. Ich gehe hoch, da kann mich dieser blöde Stüppi nicht kriegen. Das ist aber Schiet, äh... Da müssen wir... Jetzt musst du runter. Na, 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 na! Mach doch so. Und du musst trotzdem den Fieg jetzt besiegen. Der ist nicht stark, der kann nichts, der ist verkackeln. Da, ich kill den kill den kill den kill. Schlag in Tod, Schlag in Tod. Einfach mal weiter draufschlagen. Und hier, runter. Sag geil. Okay, ich überhaupt... Okay. Haha, no. Okay, der erste Tempel. Ostpalast. Der ist jetzt schwer. Gibt es eigentlich auch in den Tempelherz teilen? Nein. Gut, kein Zerp, der gibt es ja zu sein. Nur die ganze Zeit ausfragen, das fand ich auch eigentlich gut, weil in den... in den... in den... das ist hier... Sachen... äh, fand ich nicht cool. Ja, er war ja ab meinten, was vergessen, auch kurz den ganzen schlossen Mal und da rein und den ganzen Scheiß abrücken. Okay. Scheiße. Oh! Okay. Oh, da kommt, muss hat Google. Die haben wieder voll erwischt. Okay. Ah, nee. Ja, mir ist hier lang. Ba-da-bam, ba-ba-bam. Herz, Herz, Schalter. Ich hab keine Nasik-Kürung zu. Ey. Weißt du was? Ich vereiste euch mal eine Runde. Das ist doch ein Arsch, oder? Ja, 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 ja. One-Hit. Achtung! Achtung! Ich höre euch das laut! Ich... Halt am Mikro vom Fest! Yay! Okay! 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 Zack! Zack! Herz! Krug, grubin! Meiner! Oh, ihr seid auch fan! Ba-da-ba-ba-ba-ba-bam! Was machst du schleppern? Dich? Ja! Deroe! Okay, da ist ein... Der Kumpass! Oh je... Der Kumpass! Der Kumpass! Der Kumpass! Ba-da-ba-ba-i... stolz, stolz, stolz! Ja, ja, ich weiß, dass du da drin lauers! Oh Schander! Ich bin schon aktiv. Seidsam? Juh! Nein, nein, nein! Oh nein! Die Wotscht machen die 20 Schnell Zack Sieh noch irgendjemand drinnen oder so? Nein, okay BAMS Wow, Hilfe! Hier rein Okay, jetzt bin ich hier oben Und dann gehen wir mal hier lang Und jetzt wie lang Wollt ihr mich verarschen oder wie? Ah, die fliehe ich an den Südlässe Ja, die haben nicht ganz so nie Ich habe mich nicht gekannt Ich habe keine Magie mehr Ich habe keine Magie mehr Ich habe keine Magie mehr Ich habe nicht mehr Ich bin nicht mehr Ich habe nicht mehr Ich habe nicht mehr die so komischen Krüge Reiner Christus nämlich fehl da muss das man am Herzen die da oben muss nichts dran machen weil da kommen gleich vier Skilette runter und machen ja dem zuhören oh mein Gott sie wollen mein Leben zuhören da reinspringen die Krüge da ja genau was was er gehört die Sorte sind so viel sie zufrieden inzwischen und was noch mal sehr als aber jetzt kommt zum zweiten Teil des Palast was soll denn die Zeit an der Karte und so ich habe keine Magie was er gar nicht du kannst auch um da reingehen auf das Tor weiß es hier das ist nur ein Sturm in einem anderen Raum da drüben ja schon zu 90 Robina aber du musst aufpassen vor diesen Rutschmühle wird toll ja Prozent wir haben schon 412 bald haben wir hier 100 500 die ganze Zeit nach dem zweiten Schloss also als zweites Schloss die Wüste da erledigt hat danach kannst du erst machen hier wäre ich praktisch gewesen als Zauberpulte man kann sich das holen das kann sich ein paar Jahre auf dem Körner nach dem Zwerst und Schloss das wird so stark so langweilig oh nein das leichter ist der oben 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 links ist so so und bis dahin das solltest du erst die beiden die Sterben im gleichen Temp haben 30 Falle dabei ich habe nur 23 so an die Entschlüsse nächsten Aufmerksamkeit auf der Kruppe ich habe eine Wirbel-Attacke gemacht und so einfach nur reingehst du die Wirbel-Attacke sonst geht es noch noch da ist jetzt ein bisschen fies finde ich schon jetzt kommt ich würde die Sachen erst nachdem so die beiden da gekillt hast einen muss weg einen muss weg Spreihwixer Du kannst auch nachher, also das ist nicht normal zu der Wand. Stell dich in eine Ecke, stell dich in eine Ecke. In irgendeine Ecke kannst du die stellen, dann treffen die dich nicht, wenn du diesen Spurenkreis machen. Dann kannst du sie so wegspälen, bämm, bämm. Dann, wenn die jetzt so gehen, draufschießen, draufschießen, jetzt einfach draufschießen. Für den Gäten habe ich 16 Sekunden. Es ist mir schon länger als 16 Sekunden dran. Ist doch egal. Nein, ist es nicht. Wenn du keine Pfeile mehr hast, kannst du mit der Stadt auch noch machen. Ja, dann müssen wir packen, bis zum nächsten Part. Ciao. Tschö.